Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. In den letzten Wochen habe ich ja einige Videos zu den neuen iPhones gemacht. Neben dem iPhone 7 und dem iPhone 7 Plus hat Apple auf seiner Keynote am 16. September aber auch eine neue Apple Watch vorgestellt. Die heißt ganz einfach Apple Watch Series 2, also nicht Apple Watch 2 oder Apple Watch 2. Optisch hat sich auch hier nicht besonders viel getan. Unter der Haube hat Apple aber einige Schwächen des Vorgängers verbessert, so zumindest auf dem Papier. Ich habe eine Apple Watch Series 2 hier. Ich bin schon extrem gespannt drauf, ob das vielleicht die erste Smartwatch wird, die mich wirklich überzeugen kann. Deshalb würde ich sagen, labern wir gar nicht mehr lange rum und packen sie direkt aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Ich habe hier wie gesagt eine Apple Watch Series 2 und zwei dazu passende Bänder. Die Bänder schauen wir uns gleich noch an. Anfangen wollen wir aber natürlich mit dem wichtigsten, also der Apple Watch Series 2. Was gibt es zur Verpackung zu sagen? Meiner Meinung nach hat sich da, soweit ich das zumindest erkennen kann, nicht viel verändert. Ich habe hier das Einsteigermodell in Aluminium mit 42 mm in der Farbe schwarz mit dem gewebten Nylonband. Darauf bin ich schon ziemlich gespannt. Das hatte ich noch nie in der Hand. Dieses Modell kostet 449 Euro. Das gleiche nur mit 38 mm, also etwas kleinerem Gehäuse, kostet dann 30 Euro weniger, also 419 Euro. Ich weiß nicht mehr genau, wie das letztes Jahr war, aber gefühlt hat sich dieser Unterschied zwischen 38 und 42 mm im Modell, also dieser Preisunterschied, etwas verringert. Ich finde 30 Euro gehen jetzt absolut in Ordnung. Man hat dann natürlich auch wieder die Wahl zwischen verschiedensten Armbändern, aus Kunststoff, aus Leder oder aus Metall. Und es gibt auch wieder eine Apple Watch mit Edelstahlgehäuse. Die kostet dann aber um die 649 Euro und hat meines Wissens auch eine andere Verpackung. Die ist dann hier nicht mehr so rechteckig, sondern eher quadratisch. Das Spitzenmodell hat diesmal ein Keramikgehäuse bekommen und kostet dann sogar um die 1500 Euro. Dafür gibt es aber keine Apple Watch Edition mehr. Die kostet ja um die 11.000 Euro, glaube ich. Ich denke aber, dass dieses Modell hier, was wir hier liegen haben, mit das Interessanteste ist, einfach auch weil es das Günstigste ist. 449 Euro sind natürlich nicht günstig, aber noch so am ehesten vertretbar für eine Smartwatch, finde ich jetzt mal. Wie gesagt, bei der Verpackung hat sich nicht viel getan. Ich habe eh schon viel zu viel jetzt erzählt. Jetzt machen wir das Ganze endlich mal auf. Ist wieder verschweißt auf der Vorderseite. Ihr habt es schon gesehen, steht nur kurz Apple Watch. Hier dann, was alles mitgeliefert wird. Und hier gibt es auch keinen Tab oder keine Lasche, um das Ganze zu öffnen, sondern man braucht endlich mal wieder hier ein Messer oder ein Teppichmesser, wie das bei mir der Fall ist. Daran hat man sich ja bei Apple Produkten in den letzten Jahren eh schon gewohnt und das gehört für mich einfach dazu. Und jetzt mache ich das Ganze hier mal auf und zeige euch nochmal das, was ich vorher meinte. Also ich glaube, jetzt kann man es so ganz gut sehen. Hier ist eben so Apple Watch sogar leicht erhoben. Also das Ganze kann man fühlen. Sehr, sehr schick gemacht, diese Verpackung, finde ich, für so eine Smartwatch. Und die wollen wir jetzt mal aufmachen. Kann man dann einfach so anheben. Und ich weiß gar nicht, ob das neu ist. Bei den iPhones ist es ja so, dass erstmal das ganze Papierzeug oben liegt. So ist das jetzt hier auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das letztes Jahr bei der Apple Watch war. Aber wir wollen mal schauen, was hier alles drin ist. Das ist nämlich tatsächlich einiges. Ich vermute mal ein Quickstart Guide. Ja genau, da wird quasi erklärt, wie man denn die Apple Watch richtig anlegt, was wir für Tasten haben und so weiter. Und ich vermute einfach mal, das ist hier exakt das Gleiche, genau nur quasi wieder in anderen Sprachen. Das Spiel kennen wir ja und dann noch Sicherheits- und Garantieinformationen in zig verschiedenen Sprachen. Aber wir haben keine Sticker. Ich glaube, das war auch schon bei der ersten Apple Watch so, aber das interessiert ja doch immer einige. Und dann haben wir hier jetzt die Apple Watch Series 2 vor uns und zwar mit diesem neuen Woven Nylon Band. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das wurde neu eingeführt mit der Apple Watch Series 2 oder sieht meiner Meinung nach echt ganz schick aus. Erinnert etwas an dieses Milanese Band, kostet aber natürlich bei Weitem nicht so viel. Und dann haben wir hier nochmal so einen Tab da, an dem können wir anziehen und dann kommen wir zum Zubehör. Das ist wieder ziemlich überschaubar gehalten. Wir haben hier einmal unser Netzteil. Ich vermute mal wieder mit einem Ampere Output oder lasst mich mal drauf schauen. Das ist ziemlich klein geschrieben. Genau, wir haben einen Ampere bei 5 Volt. Das sollte bei der Apple Watch aber auch dicke ausreichen, weil da ist ja der Akku bei Weitem nicht so groß wie bei den iPhones. Und dann haben wir hier noch unseren Charger. Das Ganze funktioniert natürlich wieder über Induktion. Ganz einfach, ich mache es mal schnell auf. Das ist ja, glaube ich, auch ein Unterschied bei dem Edelstahlmodell. Sieht der Charger etwas anders aus, etwas hochwertigere Materialien. Aber das wäre mir jetzt egal, sage ich mal. Haben wir hier quasi unser Auflader-Netzteil und wir legen dann einfach die Apple Watch hier drauf und über Induktion wird das Ganze dann aufgeladen. Diese Lösung finde ich ehrlich gesagt immer noch sehr, sehr cool. Machen ja mittlerweile fast alle Smartwatches so, aber das ist eine sehr gute Sache. Mehr ist allerdings hier nicht dabei. Also doch ziemlich überschaubar, aber ich glaube, das konnte man schon erwarten. Jetzt wollen wir uns dann die Apple Watch Series 2 noch etwas genauer anschauen. Bevor wir das allerdings machen, kommen wir wie versprochen noch ganz kurz zu diesen beiden Bändern hier. Zwei schöne Farben, einmal in diesem Orange und einmal hier in Blau. Wir fangen ganz normal mit dem Sportsband an. Das ist so ein ganz normales Silikonarmband, denke ich mal. Gab es ja auch schon bei der Series 1. Da haben wir hier auch wieder so einen Tab zum Öffnen. Da zieht man einfach an und dann kann man das Ganze hier öffnen. Wir wollen uns das nur der Vollständigkeit halber nochmal kurz anschauen. Ich glaube, die kosten 59 Euro hier für das 42 mm Modell. Also nicht wirklich günstig, aber da gibt es ja mittlerweile zig Drittanbieter, die auch solche Bänder anbieten. Dann haben wir hier das Silikonband. Das fühlt sich tatsächlich genauso an wie letztes Jahr, aber ist eine sehr, sehr schöne Farbe, finde ich. Wenn man damit Sport macht, bestimmt sehr angenehm. Und dann haben wir hier quasi, ihr seht es schon, ML bzw. SM. Also ML quasi für all diejenigen mit etwas größeren Handgelenken und dann SM für die kleineren Handgelenke. Da sollte also auch für jeden was mit dabei sein. Dann steht auch nochmal dran, wie man das Ganze wechselt. Aber das ist wirklich, und das muss man Apple echt hoch anrechnen, finde ich, total idiotensicher gelöst. Also das kann man überhaupt nicht falsch machen. Wir machen auch das Zweite nochmal kurz auf. Wie gesagt, dieses Woven Nylon, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, das ist neu, oder? Heißt auf Deutsch, wo steht es? Gewebtes Nylon, glaube ich. Ich suche gerade mal hier, ob hier eine Übersetzung steht, aber ich habe zumindest nichts gefunden. Nichtsdestotrotz, für mich neu, sieht sehr, sehr interessant aus. Wir machen das Ganze auch hier mal auf. Wie gesagt, erinnert mich wirklich an dieses Milanese. Hat so eine, ja, ziemlich fühlbare Struktur, fast wie so ein Golfballmuster. Aber, ja, fühlt sich recht angenehm an. Bin mal gespannt, wie sich das im Alltag dann so trägt. Also die Bänder habe ich euch auch gezeigt. Und jetzt kommen wir endlich zur Apple Watch Series 2. Das ist sie, also die Apple Watch Series 2. Und zwar hier noch überall in Folien. Die wollen wir Unboxing-typisch jetzt abnehmen. Das ging schnell und problemlos. Dann sehen wir, hier unten steht gleich schon mal 42 Millimeter und eben nochmal Woven Nylon. Was gibt es zur Uhr an sich zu sagen? Optisch gibt es, wie gesagt, kaum Unterschiede zum Vorgänger. Das Gehäuse soll nun allerdings etwa einen Millimeter dicker sein. Aber ganz ehrlich, ich habe den Vorgänger nicht mehr hier, aber das fällt nicht wirklich auf. Ich würde sagen, das Gehäuse ist für so eine Smartwatch wie dieser ganz normal dick oder dünn. Die Farbe gefällt mir. Das ist das schwarze Modell, ist aber kein tiefer, also das Schwarz ist nicht ganz so tief wie bei dem matten iPhone 7, sondern etwas heller. Ist aber auch kein Space-Grau, aber sieht meiner Meinung nach auf jeden Fall ganz schick aus. Dadurch, also das Gehäuse ist zwar jetzt etwas dicker, dafür gibt es aber auch einige Neuerungen. So haben wir jetzt nun zum Beispiel endlich vollwertiges GPS. Hier unten haben wir ja alle Sensoren. Das war ja beim Vorgänger nicht der Fall. Dürfte vor allem für all diejenigen, die diese Uhr zum Sportmachen hernehmen oder hauptsächlich zum Sportmachen hernehmen, sehr, sehr erfreulich sein. Herzfrequenzmesser ist natürlich nach wie vor mit an Bord. Und die Apple Watch Series 1 war ja ganz normal spritzwassergeschützt. Und hier haben wir jetzt einen Wasserschutz bis zu einer Tiefe von 50 Metern. Apple gibt glaube ich sogar an, dass Chlor und Salzwasser kein Problem sein sollten. Also bis zu 50 Meter. Wobei ich da immer vorsichtig wäre bei, ihr kennt das, Salzwasser und auch Chlor ist für dieses Gehäuse allgemein für so ein Metall-Aluminium-Gehäuse natürlich nicht unbedingt förderlich. Aber naja, andere Uhren können das ja auch ab. Insofern, wenn Apple das Ganze angibt, ich wäre da trotzdem vorsichtig. Da bleibe ich dabei. Wir haben nach wie vor nur eine Taste. Die habe ich eben schon angefasst hier an der Seite. Beziehungsweise zwei Tasten. Wobei, ich weiß nicht, will man die Crown als Taste bezeichnen. Wir haben hier quasi eine Taste und dann noch die Digital Crown. Ihr kennt das zum Zoomen und für diverse andere Sachen. Also die mochte ich damals bei der Series 1 extrem gerne. Wir haben außerdem ein helleres Display. Das soll nun bis zu 1000 Candela hell sein. Das ist schon echt eine Ansage. Da bin ich extrem gespannt drauf. Es ist nach wie vor ein AMOLED-Panel. Auch die Auflösungen sind absolut identisch geblieben. Aber ich finde, die Auflösung war auf jeden Fall nicht das Problem. Schon die Apple Watch der ersten Generation hatte ein super Display für so eine Smartwatch. Insofern bin ich da jetzt echt auf die erhöhte Helligkeit gespannt. Wir haben natürlich einen neuen Prozessor, den S2-Chipsatz. Das ist ein Dual-Core mit 50% Leistungssteigerung. Mehr gibt Apple natürlich wie immer nicht an. Außerdem WatchOS 3.0, das sollte bekannt sein. Und auch die Akkulaufzeit will Apple auf jeden Fall verbessert haben. Also darauf bin ich auf jeden Fall schon ziemlich gespannt. Hier unten an die ganzen Sensoren. Und ich muss sagen, dieses gewebte Nylonband, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt. Aber das fühlt sich auf jeden Fall interessant an. Ich werde jetzt mal versuchen, das Ganze hier vorlaufender Kamera anzulegen. Jetzt kommt natürlich wieder dieser Vorführeffekt, wie man das Ganze so kennt. Ich hatte auch schon lange keine Apple Watch mehr an. Aber ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Es ist wirklich ganz einfach, auch wenn ich mich da jetzt nicht gerade gut anstelle. Das liegt allerdings einzig und allein daran, dass ich in einem ziemlich bescheidenen Winkel hier einfach auf dem Tisch setze, ständig meine Arme hier verrenken muss. Also es geht wirklich ganz einfach. Man muss einfach nur die Schlaufe hier einmal unter diesen Verschluss hier zwängen. Und dann kann man das Ganze hier zumachen. Ihr seht schon sehr, sehr viele Löcher. Also ich bin jetzt irgendwo so in der Mitte. Ich sage mal, selbst wenn ihr kleinere Handgelenke habt, überhaupt kein Problem. Und auch wenn ihr größere Handgelenke habt, überhaupt kein Problem. Wir machen das Ganze jetzt mal zu. Welches Loch ist für mich am besten? Ich vermute mal das hier. Und dann haben wir hier an der Seite natürlich noch so eine Schlaufe, wo man das Ganze reinschieben kann. Mache ich auch mal schnell. Das wäre also auch geschafft. Und dann muss ich sagen, fühlt sich das Ganze echt ziemlich angenehm an. Schön leicht. Und ja, ich habe mir jetzt auch nicht irgendwie hier die Armhärchen eingezwickt. Habe ich irgendwie von der ersten Generation noch negativ in Erinnerung. Ich finde, dieses Nylonband fühlt sich etwas angenehmer an als das Sportarmband. So vom ersten Eindruck her. Aber das muss ich in den nächsten Tagen erstmal genauer testen. Aber ja, das war mein Unboxing der neuen Apple Watch Series 2. Erst Eindruck. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt. Ich werde das Ganze jetzt dann gleich mal mit dem iPhone verbinden. Und dann natürlich in den nächsten Wochen testen. Lasst mich sehr, sehr gerne wissen, ob ihr dazu ein Review sehen wollt. Ob ihr noch irgendein anderes Video dazu sehen wollt. Kann ich sehr, sehr gerne machen. Was würde euch im Review interessieren? Worauf soll ich besonderes Augenmerk legen? Werde ich sehr, sehr gerne drauf eingehen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.